Welcome up Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT hilft GGMBH. Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Teil 1 Die ersten Menschen, die Deutschland besiedelten, nannte man Germanen und Kelten. Sie lebten in Stämmen zusammen und aus ihnen bildete sich eine Vielzahl von Völkern heraus. Auch römische Siedler waren Teil der ersten Bewohner in Deutschland. Die Geschichte des Landes beginnt im 10. Jahrhundert n. Chr. mit dem römisch-deutschen Reich. Diese Zeit wird auch Mittelalter genannt und dauerte bisher ins Jahr 1500 n. Chr. an. Im Mittelalter regierten verschiedene Könige und Kaiser in Deutschland über einzelne Teile des Landes. So bildete sich schon früh die Tradition des deutschen Föderalismus heraus, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es viele unabhängige Landesteile gibt. Dies zeigt sich noch heute anhand der Unterteilung des Landes in Bundesländer. Das Mittelalter war geprägt von altkirchlicher Weltanschauung, vielen kriegerischen Auseinandersetzungen und wenig technischem Fortschritt. Im 16. Jahrhundert leitete Martin Luther die Reformation ein, die noch heute ein Meilenstein in der deutschen Geschichte darstellt. Bis dahin stützten Könige und Kaiser ihre Herrschaft auf die christliche Religion, so wie sie diese zum eigenen Vorteil auslegten. Luther hat durch das Anschlagen seiner sogenannten Thesen das Handeln der damaligen Kirche verurteilt. Mit der Übersetzung der Bibel aus dem Lateinischen sorgte er dafür, dass jeder Mensch die Inhalte der Bibel verstehen konnte und entkräftete damit die uneingeschränkte Einflussnahme der Kirche. Nach Ende des Mittelalters und zahlreichen Umbrüchen, wurden die vielen Kleinstaaten und Fürstentümer zu größeren Staaten angegliedert. Wilhelm I. wurde 1871 zum Kaiser und damit zum Herrscher des Deutschen Reiches ernannt. Die herrschende Staatsform zu jener Zeit war die Monarchie. Ab 1900 begann in Deutschland die Industrialisierung. Gab es vorher überwiegend landwirtschaftliche Strukturen, wurde nun der technische Fortschritt vorangetrieben. Es wurden immer neue Arbeitskräfte und neue Gebiete benötigt, um sich weiter ausbreiten und die Macht des Deutschen Reiches demonstrieren zu können. Da auch andere Länder der Welt dieses Bestreben verfolgten, fand von 1914 bis 1918 der Erste Weltkrieg statt. Das Deutsche Reich verlor den Krieg und erneut kam es in Deutschland zu Umbrüchen. Nach der November-Revolution entschied sich die Bevölkerung für ein Ende der Monarchie und die Weimarer Republik wurde ausgerufen. Mit ihr gab es erstmals eine demokratische Regierungsform in Deutschland. Bis in die 20er Jahre folgte eine ruhige Zeit, die durch die Weltwirtschaftskrise ein jähes Ende fand. In dieser Zeit verlor Geld an Wert und zahlreiche Menschen wurden arbeitslos. Diese Verhältnisse nutzten die Nationalsozialisten aus und versprechen, dass sich unter ihrer Führung der Zustand verbessern würde. 1933 kamen Adolf Hitler und sein nationalsozialistisches Regime zum Teil gewaltsam an die Macht. 19. verg 19. vergönliche Demokrat Unmusik 19. vergönliche Europäische 20. vergönlich 20. vergönlich